Wir haben das Album Perfect Situation mitgebracht. Mit diesem Album ist die Band reifer und endlich erwachsen geworden. Wir haben so ein Club da irgendwie links runter auf der Straße und da habe ich halt Kräuter Rodka getrunken und da oben noch so ein Fairnet-Citrus oder so, gibt es ja offensichtlich, schmeckt die Klospülungshilfsmittel, also eine Klospülungschemikalie und hat auch wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung, wobei ich noch nie Klospülungschemikalie habe. Das ist richtig. Sehr lecker. Bei Christoph hat sie die mit Fleisch. Sollte man mal machen. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Wir sind hier auf Dyke, ich bin hier auf gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erst ein bisschen Kamera machen, dann ein bisschen krauen und dann bumsen. Dann... Prost! 1, 2, 3, 4, 5, 6